Was passiert eigentlich, wenn du einen guten Rum trinkst, aber eigentlich gar keine Ahnung davon hast? Du erkennst es meistens leider nicht. Glaubst du, dass alles Fleisch aus dem Supermarkt, das dir an der Theke angeboten wird, von guter Qualität ist? Glaubst du, dass es außerhalb der Theke des Supermarkts nicht noch gutes Fleisch zu kriegen ist, das von viel besserer Qualität und Geschmack ist? Warum glaubst du dann, dass das bei Rum so ist?